Musik Kassettenrekorder für Waffnet fährt man dann mit der Fahrradrikscher an verschiedenen Stellen und dort wird dann die Kassette abgespielt und eine halbe Stunde gibt es dann ein Radio. Und für uns, die Kinder sind sehr schön. Es gibt die Freiheit, die fliegen. Und die Straßenkinder auch genießen. Die andere Sache ist, dass Butterflies auch eine sehr kurze Leben haben. Zudem, die Straßenkinder haben sehr früh in der Welt gezwungen Adulter roles. Sollte baut man, wenn man nicht mehr so will, wenn man nicht mehr so will, muss man nicht mehr so will. Da ist die Entscheidung zu kommen. Zu fühlen, nicht den anderen stören, das ist ganz wichtig, dass ihr wirklich bei euch bleibt. Spürt euren linken Fuß, spürt euren rechten Fuß, spürt euren Rücken. Spürt euren rechten Fuß, spürt euren rechten Fuß, spürt euren rechten Fuß. Spürt euren rechten Fuß, spürt euren rechten Fuß, spürt euren rechten Fuß. Ich weiß nicht, was du willst. Erst drängst du so, du willst unbedingt ein Kind haben. Ja, jetzt liegt es an mir? Das habe ich nicht gesagt, aber ich gebe nicht nochmal so viel Geld für eine künstliche Befruchtung aus. Ja, der Samen eines Mannes, ekelhaft. Ekelhaft, viel Geld bekommen, weil sie das Saangut patentieren haben lassen. Auf männliche Samen? Aber nein, mein Schätzchen. Für das Saatgut für Pflanzen, wie Reis zum Beispiel. Du bleibst hier stehen und machst gar nichts. Ja, schade. Du bleibst hier stehen. Ja, schade. Wie in uns kommt ein Wort von dir. Nein, schade. Guckt mal, ihr dürft die Mütze abziehen, der hat voll schönes Haar. Etwas dunkle heutig. Hier in der Gegend sind viele Schwarze. So wie der. Guckt mal. Ihr gebt ihm gar, ich gebe ihm eine Reis-Süssel pro Tag. Davon lebt er. Der ist, der braucht gar nicht viel mehr. Wie ein Hund. Man, was ist denn hier in Deutschland zu einem? Du, Spaß macht mich du in, Leiter. Du, Reis-Fress hat sich hier in Ferien gebraucht ins deutsche Land. Reis-Fress. Er heißt ihnen, ihren Reisanbau wieder ertraglich zu gestalten. Seine deutsche Adoptiveltern brachte er dazu, ihr Geld nicht mehr in dubiose Aktiengeschäfte zu investieren, sondern damit Bauern in der dritten Welt Kleinkredite zu ermöglichen. Das war Buch und er muss er auch schon mal in den Raum gesagt er. Ich erinnere mich jetzt K Chamonix, und er ist dann in der REP TERI. Ich erinnere mich Teacke und er ist in der Schule, denics und Jeder Allermo steigen. Komm, ich Lluchte in Ruhe geboten und es ist ein encanta Dากela. und füge sie mit, indem du dich selber fühlst, kannst du sie fühlen. Schule hier in Hessen denken oder generell über Bildung vielleicht hier in Hessen, was die da so kennen, ja. Und ihr wollt ja auch, dass die nächste PISA-Studie besser wird. Die Leute denken, wie gut hier die Bildung ist. Immer Fragen, auf die die Leute mit mehr als Ja oder Nein antworten können. Ich bin schon so lange aus der Schule, keine Ahnung. Mein Enkelchen ist ein Einser-Kandidat. Ach, kein Scheiß damit, das fällt auf mich zurück. Ihr habt eine Verantwortung und das darf nicht verloren werden, weil es kostet mich 25 Euro. Der wieder auf die Pause tut und nimmt es weiter auf. Also im Grunde ist dieses Gerät sehr einfach zu verdienen. Und wieso, also weshalb hast du die Schule abgebrochen? Aus dem Grund, dass es mich nicht mehr interessiert, weil ich andere Ziele habe außer der Schule. Was hältst du vom hessischen Schulsystem? Obwohl ich da auch oft das Gefühl habe in letzter Zeit, dass das ein bisschen wirrbar ist. Das sind Fähigkeiten, die über das reine Lernen oder das Gelernte hinausgehen. Also zum Beispiel Gruppenteamfähigkeit. Wir machen eine Umfrage zum hessischen Schulsystem. Was hältst du vom hessischen Schulsystem? Also wir werden jetzt die Statements so knackig aneinanderschneiden, dass man merkt, hier habt ihr ganz schön viele Leute gefragt. Wir machen eine Umfrage zum hessischen Schulsystem. Was hältst du vom hessischen Schulsystem? Das ist mein Schulsystem. Scheiße. Jeden Monat gibt es irgendein neues, beschissenes Schulsystem. Hier ist mein Schulsystem. Dieses G8, diese G8, Scheiße. Das ist mein Schulsystem. Das ist mein Schulsystem. Das ist mein Schulsystem. Das ist mein Schulsystem. Was hältst du vom hessischen eternity? Bis zum nächsten Mal.